Ich bin mit deinem Team. Habst du Karo Sapphire? Ja. Gutes, gute Corner. Karo Sapphire, oder? Hast du bei mir? Ja, auf jeden Fall Karo Sapphire. Ich mach das gleich. Ja, mach mir nen Screenshot, bitte. Mach. Ey, kannst du mich nächste Runde counterboosten? Ich allday USP spiele und in der Runde, wo ich gleich ne Waffe hab, muss ich boosten. Digga, im Laufen, im Laufen! Entschuldigung. Ich hab die Karachi. Ich hab die Karachi gespielt. Das war nicht der Fartige. Das war ein guter Wurf auf jeden Fall. Inhuman Reactions! ... Tief ... L ohh! 若 Beut! Habt ihr ne Smoke? Ja, haben wir! Hier vor der Kiste und fische mich da drüber! Ja! Oh, ey, lower, lower! Ey, unterwärts! Komm doch hoch! Ich bin zwar 2 Meter, aber so groß bin ich leider auch noch nicht! Rektiv doch mal ein bisschen! Oh, komm, ey! Nice! Ähm, kann man wahrscheinlich für die LS? Oh, was geht ab, Jungs? Ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Ich würde mich auf jeden Fall sehr über eine Bewertung freuen! Ähm, ich hatte letzten Monat nicht so viel Zeit zum Zocken, um ehrlich zu sein, wie sonst! Denn ich habe sehr, sehr viel für meinen Umzug getan! Deswegen wundert euch nicht, wenn im Moment ein paar weniger Videos kommen als davor! Und, ja, falls ihr Bock habt auf ein Update-Video zu dem, zu der ganzen Sache mit dem Umzug und so weiter, dann schreibt es ruhig in die Kommentare und Habt einen schönen Tag! Auf Wiedersehen! number tidy unky sor